So, ich möchte euch heute mal was vorstellen. Das ist für die Kartoffeln. Da sind meine Kartoffeln drin. Ich hatte bei den anderen Boxen, die ich mir mal geholt habe, blühen die so schnell. Aber hier geht es eigentlich. Die blühen nicht so schnell. Die haben hier auch so eine Belüftungsschlitze. Das war aus Plastik. Wart ihr ja? Ja, und die hatte ich umgesetzt. Da hatte ich meine Zwiebeln drin. Ja. Und das ist die... Saurele Bissebille, die stellt man in die Mikrowelle. Dass die sauber wird. Da macht man Essig rein. Ja, so funktioniert das. Ja. Damit bin ich jetzt eigentlich so zufrieden, muss ich sagen. Aber ich muss mal gucken, ob die dann immer noch so da drin blühen. Oder ob das an der Wärme liegt. Ob ich die lieber in den Keller stellen sollte, wo es dann richtig dunkel ist. In der Küche ist es ja doch nicht so dunkel. Na ja. Das wollte ich mal vorstellen. Ja, und das ist unsere Trennung von dem Mülleimer. Papier. Das kennt ihr ja. Gelb, was darin gehört. Plastik und dieses und jenes alles. Und Joghurtbecher. Und das andere ist eben für den Restabfall. das andere ist ja. Vielen Dank.